Hallo liebe Studierende, heute kommen wir zum dritten Teil des ersten Kapitels, in dem es in die Z-Transformation geht. Und ich werde Ihnen zeigen, wie man im Frequenzbereich ein glücklicheres und leichteres Leben führen kann. Naja, oder zumindestens, wie man sich das Leben ein bisschen leichter machen kann in der digitalen Signalverarbeitung. Fangen wir erstmal bei einem Thema an, was Sie hoffentlich noch kennen. Und zwar bei den zeitkontinuierlichen LTI-Systemen. Und ich habe Ihnen hier nochmal ein sehr einfaches Beispiel aufgemalt, der bekannte RC-Tiefpass. Und das Verhalten von diesem RC-Tiefpass, das wissen wir, wird durch Differenzialgleichungen beschrieben. Das sieht relativ kompliziert aus, selbst für dieses einfache Gebilde. Was passiert, ist glaube ich relativ klar. Wenn man hier einen Spannungssprung anlegt, dann fließt durch den Widerstand ein Strom in den Kondensator, der aufgeladen wird oder umgeladen wird. Dieser Strom in den Kondensator bestimmt wiederum den Spannungsabfall im Widerstand. Und so beeinflussen sich Eingangs- und Ausgangssignale. Das wird beschrieben mit dieser Differenzialgleichung hier. Und was man typischerweise wissen will, wenn man sich so eine Schaltung anguckt, ist, was hat denn das für eine Impulsantwort, das System, und wie sieht die Ausgangsspannung aus für beliebige Eingangssignale? Das sind immer so die gleichen Fragestellungen. Hat man jetzt ein einfaches System, sprich eins, das linear und zeitinvariant ist, bei dem die Koeffizienten konstant sind, dann gibt es einen ganzen Werkzeugkoffer voll leistungsfähiger mathematischer Verfahren, die Sie in Ihrem Grundstudium alle kennengelernt haben. Fourier- und Laplace-Transformationen sind da die bekanntesten. Wenn ich das jetzt einfach mal Laplace transformiere, dann gehen die Differenzialoperatoren in einfache Divisionen bzw. Multiplikationen mit der komplexen Frequenz S über. Dann muss ich keine Differenzialgleichung mehr lösen, sondern kann eine ganz einfache arithmetische Gleichung lösen, die transformiere ich dann wieder zurück in den Zeitbereich und bekomme dann, wie in unserem Fall hier, das einfache Ergebnis eines Exponentialsprungs heraus. Das kennen Sie alle, dieses Verfahren. Nochmal zur Änderung, was heißt LTI? LTI heißt, wie gesagt, dass eine Kombination, eine Linearkombination von Eingangssignalen, sich am Ausgang auch als eine Linearkombination der entsprechenden einzelnen Ausgangssignale darstellt. Dafür gibt es gerade in analogen Wellen jede Menge Gegenbeispiele. Jeder Transistor ist nicht linear. Eigentlich fast jedes analoge System hat gewisse Nichtlinearitäten, über die man dann meist aber darüber hinweg blickt, um nach wie vor diese leistungsfähigen Methoden der Fourier-Mlaplast-Transformation einsetzen zu können. Für uns wird noch der Quantisierer ein wichtiges Gegenbeispiel sein, für den wir uns dann bestimmte Methoden überlegen, wie man trotz der Nichtlinearität weiter unsere Methoden verwenden kann. Zeitinvariant, da denkt man normalerweise gar nicht dran, dass es auch anders sein könnte. Das heißt, dass ein System sich anders verhält, abhängig davon, ob ich es jetzt oder in fünf Minuten benutze. Aber es gibt auch da ein paar Gegenbeispiele dafür. Wir werden die Abtastung als ein wichtiges Gegenbeispiel noch kennenlernen. Und jetzt eher in einer analogen Technik ist es so etwas wie automatische Verstärkungsregelung ein typisches Beispiel. In der Digitaltechnik gibt es noch die adaptiven Filter, die sich an eine bestimmte Geräuschsituation anpassen und die Filterkoeffizienten dann zeitabhängig verändern. Das wäre dann auch nicht zeitinvariant. Schließlich eine weitere Eigenschaft, die wir nicht voraussetzen, die aber meist auch sehr praktisch ist, wenn sie gegeben ist, ist die Kausalität, sprich der Ausgang des Systems zum Zeitpunkt t gleich 1, ist unabhängig von Eingangssignalen, die nach diesem Zeitpunkt t1 anliegen. Das ist eigentlich ganz logisch. Wir wollen, dass die Wirkung nach der Ursache auftritt. Das heißt zum Beispiel für einen Dirac-Stoß, der zum Zeitpunkt t gleich 0 auftritt, muss das Ausgangssignal für t kleiner 0 gleich 0 sein. Kann ja gar nicht anders sein. Sonst hätten wir ein System, was schon vorher weiß, was in der Zukunft passiert. Damit könnte man vielleicht die Lottozahlen vorher sagen. Aber es ist klar, das ist nicht physikalisch realisierbar. Ein einfaches Gegenbeispiel aus der Mathematik ist ein System mit einer rechteckigen Frequenzantwort. Sprich, es hat einen konstanten Frequenzgang bis zu einer bestimmten Frequenz und ab da dann den Frequenzgang 0, also ein ideales Tiefpassfilter wäre das dann. Und wenn man das jetzt in den Zeitbereich zurücktransformiert, dann bekommt man eine SI-Funktion, also eine Sinus-x-durch-x-Funktion und die erstreckt sich von minusunendlich bis t gleich plusunendlich. Also definitiv ein nicht-kausales System. Und da ist es auch klar, dass man so einen idealen Filter einfach nicht realisieren kann. Aber es ist mathematisch nicht notwendig und wir werden uns gelegentlich auch mit akkausalen Systemen beschäftigen, einfach weil die sich mathematisch leichter behandeln lassen. Wir haben immer im Kopf, die sind technisch nicht realisierbar und wir müssen das System verzögern, damit es technisch realisierbar wird. Aber manchmal ist es einfacher, akkausale Systeme zu berechnen. Gehen wir jetzt zu zeitdiskreten LTI-Systemen über, dann sehen wir, dass dort genau das Gleiche gilt wie bei zeitkontinuierlichen LTI-Systemen. Auch hier heißt linear, wir können zwei unabhängige Eingangssignale überlagern und deren Wirkung am Ausgang auch wieder unabhängig beobachten. Das ist eine andere Formulierung für Superposition. Gegenbeispiele gibt es natürlich auch. In dem Moment, wo ein System Sättigungseffekt zeigt, Überlaufeffekt zeigt, dann reagiert es sehr stark nicht linear und dann ist es nicht mehr unabhängig davon. Dann kann man Eingangssignale nicht mehr linear überlagern. Und wenn Sie zwei Größen miteinander multiplizieren, da gilt das Gleiche, auch das wird dann nicht linear. Für die Zeitinvarianz gilt auch wieder das Gleiche, wie wir eben gesagt haben. Die meisten Systeme sind zeitinvariant. Speziell bei zeitdiskreten Systemen muss man aber aufpassen, wenn es um das Abtasten geht. Da ist es unter Umständen nicht mehr unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt ich das System betrachte. Schließlich kausal ist, wie gesagt, etwas, was wir gelegentlich übersehen werden, wenn es darum geht, einfach zu rechnen. Aber es ist klar, wenn ich ein System realisieren will, dann muss es kausal sein. Im Gegensatz zu analogen Systemen kann ich aber tatsächlich viele akkausale, zeitdiskrete Systeme tatsächlich verwenden. Und zwar, indem ich das quasi offline tue. Das heißt, ich habe meine Sequenzen auf dem Rechner gespeichert. Und auf dem Rechner kann ich natürlich jetzt beliebig im Rahmen der gespeicherten Werte vorwärts und rückwärts in der Zeit gehen. Und das Verhalten von zeitdiskreten Systemen wird dann im Gegensatz zu kontinuierlichen Systemen, wo wir Differenzialgleichungen hatten, wird es jetzt bei zeitdiskreten Systemen als Differenzengleichung beschrieben. Als Beispiel für ein einfaches rückgekoppeltes System kann ich mir angucken, was ist y von n in Abhängigkeit von x von n. Und auch hier ist es eigentlich einfacher als bei zeitkontinuierlichen Systemen, weil ich kann Schrittchen für Schrittchen gucken, was passiert. Die Fragestellung ist wieder die gleiche wie bei zeitkontinuierlichen Systemen. Was ist mein Impulsantwort? Wie sieht mein Ausgangssignal y von n aus für ein beliebiges Eingangssignal? Und weil ja die zeitdiskreten Systeme im Prinzip abgeleitet sind von den zeitkontinuierlichen Systemen und auch die mathematischen Methoden, betrachten wir auch hier fast ausschließlich LTI-Systeme mit konstanten Koeffizienten, damit wir Fourier und Laplace und die davon abgeleitete Z-Transformation benutzen können. Weil die Z-Transformation, werden wir gleich sehen, ist nichts weiter als ein Spezialfall der Laplace-Transformation für äquidistant abgetastete Systeme. Generell, das nochmal zusammenzufassen, Signaltransformationen hat man als Ingenieur eingeführt und das wird Ihnen deshalb auch eingebläut, weil diese Transformationen die Analyse und die Manipulation von Signalen und Systemen deutlich vereinfachen. Auch wenn das sicherlich in den Prüfungen nicht immer so den Anschein hat. Aber es ist so, wenn Sie im Zeitbereich ein System analysieren wollen, müssen Sie eigentlich immer Differenzial- oder Integralgleichungen lösen, beziehungsweise im Zeitbereich Differenzengleichungen. Und die Transformationen wie Fourier- und Laplace-Transformationen, die führen diese integralen Differenzialoperationen in einfache arithmetische Funktionen, also Multiplikationen und Divisionen über. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man das macht. Man bekommt zusätzliche Einblicke und das Rechnen ist deutlich einfacher. Unterschied der einzelnen Transformationen, fassen wir kurz zusammen, die Fourier-Transformationen versucht, ein Signal darzustellen als Summe von unendlich ausgedehnten Sinus- und Kosinus-Schwingungen. Dadurch bekomme ich Informationen über die spektrale Zusammensetzung meines Signals. Es ist aber auch klar, da es ja unendlich ausgedehnte Schwingungen als Basisfunktionen sind, dass die Fourier-Transformationen am besten funktioniert für periodische, unendlich ausgedehnte Vorgänge. Die Laplace-Transformation erweitert dieses. Und zwar versuche ich da ein System, also ein Signal oder die Systemantwort, als Summe von exponentiell gedämpften Sinus-Schwingungen darzustellen. Damit kann ich mit der Laplace-Transformation deutlich besser auch nichtperiodische Vorgänge darstellen und damit bekomme ich bessere Darstellungen von Einschwingverhalten und auch von darüber der Stabilität meines Systems. Die Z-Transformation schließlich ist ein Spezialfall der Laplace-Transformation für zeitdiskrete Signale. Die nutze ich, wenn ich lineare Differenzengleichungen habe mit konstanten Koeffizienten anstatt Differenzialgleichungen. Dann hilft mir die Z-Transformation bei der Umformung und Analyse solcher Signale und Systeme. Aber generell kann man sagen, dass Operationen wie Differenzial und Integral und was bei uns wichtig ist sind Faltungsoperatoren, Faltungsoperationen, die werden wie gesagt auf Multiplikationen und Divisionen abgebildet und das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit einer Multiplikation, die durch eine Logarithmierung auf die einfache Operation der Addition abgebildet wird. Das ist wie gesagt unsere Hauptmotivation, warum wir diese Signaltransformationen verwenden. Vergleicht man jetzt nochmal die Signaltransformationen, dann sehen wir das bei der Fourier-Transformation. Die Fourier-Transformierte aus einer Summe von unendlich ausgedehnten komplexen Exponentialfunktionen besteht. Da steckt ja die Sinus- und die Cosinus-Funktion dahinter. Die Laplace-Transformation erweitert diese Definition, indem aus der physikalischen Frequenz Omega jetzt die komplexe Frequenz S wird, wo noch der Dämpfungstern Sigma drin steckt. Dementsprechend ist die Laplace-Transformierte auch eine komplexwertige Funktion, die sich über die komplexe Zahlenebene erstreckt. Und schließlich die Z-Transformation kann man leicht sehen, die ist direkt abgeleitet von der Laplace-Transformation über diese Gleichsetzung Z ist gleich E hoch S mal TS und TS ist die Abtastperiode. Das heißt, das ist quasi eine Kurzschreibweise, die uns hilft, solche zeitdiskreten Systeme leichter zu analysieren. Was wichtig ist, dass ich immer aus diesen beiden Darstellungen wieder zurückkomme in die Fourier-Ebene, und zwar indem ich mich wieder einschränke und sage, okay, meine komplexe Frequenz betrachte ich jetzt nur für Sigma gleich Null, also nur bei physikalischen Frequenzen, und das Gleiche kann ich hier auch machen. Ich sage, ich betrachte meine komplexe Frequenz Z auch nur wieder bei physikalischen Frequenzen Omega, und auf die Art kann ich auch aus der Laplace- und der Z-Transformierten immer zurückkommen auf die Fourier-Transformierte, also auf den komplexen Frequenzgang meines Systems. Jetzt gucken wir uns das einfach mal an einem praktischen Beispiel an. Und zwar gucken wir uns die einseitige Z-Transformierte hier eigentlich ausschließlich an. Einseitig heißt, wir gehen davon aus, wir haben ein kausales System, bei Zeiten kleiner als Null passiert nichts, und darum lassen wir unsere Summe auch erst loslaufen, bei K gleich Null, bis ins Unendliche. x von N ist ein beliebiges Signal, und dann nennen wir das, was da rauskommt, unsere Z-Transformierte. Betrachten wir beispielsweise den Einheitssprung, U von N, dann kann man diese Rechnung noch halbwegs von Hand ausführen, und zwar dann, wenn ich weiß, dass diese Summe hier die unendliche geometrische Reihe ist, und dann bekomme ich jetzt Z-Transformierte 1 dividiert durch 1 minus Z hoch minus 1 heraus. Jetzt kann man sich überlegen, welches einfache System hat denn so eine Impulsantwort? Kurz überlegen, was macht das? Ich gebe einen Impuls rein in mein System, und dann kommen jede Menge Impulse wieder raus. Das gucken wir uns später an. Lasse ich erst mal Ihnen darüber nachzudenken, wie man so etwas machen könnte. Als zweites Berechnungsbeispiel gucken wir uns die Signalverzögerung an. Jetzt hier für den Fall Delta von N minus 2, das heißt die Verzögerung um zwei Samples. So, wenn ich jetzt hier wieder meine Definitionsgleichung aufschreibe, dann ist A von N wie gesagt Delta von N minus 2. Wenn ich hierüber die Summe bilde, dann wirkt meine Dirac-Funktion, ja, dann wirkt sich hier die Siebeigenschaft der Dirac-Funktion aus. Das heißt, es bleibt nur übrig Z hoch minus 2. Jetzt sehen wir vielleicht, wo diese Schreibweise herkommt, die man ganz oft in der digitalen Signalverarbeitung sieht, nämlich, dass eine Verzögerung um eine Einheit nicht als TS geschrieben wird in einem Block, sondern als Z hoch minus 1. Das kommt genau aus dieser Definitionsgleichung. Und wenn ich jetzt um fünf Samples verzögere, dann steht hier halt Z hoch minus 5. Genauso kann ich jetzt die Z-Transformierte eines Signals B von N bestimmen, was um zwei Einheiten verzögert wird. Und wenn ich auch hier wieder meine Definitionsgleichung reingehe und mich erinnere, dass dieser Teil der Gleichung, das ist einfach die Z-Transformierte von B von N ist, also B von Z, dann kann ich meine Summation jetzt wieder ausführen und Z hoch minus 2 quasi ausklammern. Dann bleibt hier übrig die B von Z, also meine Z-Transformierte von B von N multipliziert mit Z hoch minus 2. Da sehen wir wieder den großen Vorteil der Z-Transformation, nämlich, dass diese Faltung, diese Zeitverzögerung mit der ich immer so schlecht umgehen kann, wenn ich damit jetzt meine Funktion, meine Folgen manipulieren will, die bildet sich mithilfe der Z-Transformation einfach auf die Multiplikation ab mit Z hoch minus 2. Damit kann ich natürlich jetzt viel einfacher mein System analysieren und manipulieren. Und ganz allgemein kann man jetzt auch zeigen, dass wenn ich um K-Einheiten verzögere, dass dann das B von Z multipliziert mit Z hoch minus K entspricht. Hier sehen Sie übrigens das Symbol, was ich jetzt hier verwende in der Vorlesung für die Z-Transformation. Das heißt, ähnlich wie das klassische Symbol von der Zeit in die Frequenzebene, das habe ich jetzt wie so eine Art Schalter gezeichnet, da gibt es verschiedene Varianten davon, wie man das machen kann. Das war jetzt das Einfachste, was ich hier bei LibreOffice hinbekommen habe. Mit diesem wichtigen Zusammenhang bekomme ich jetzt allgemein die Z-Transformierte von typischen Signalen und Systemen der digitalen Signalverarbeitung. Da geht es ja eigentlich immer darum, dass ich irgendetwas skaliere, dass ich irgendetwas verzögere. Und diese beiden Operationen, nämlich die Multiplikation, die wird über die Linearität der Z-Transformierten abgebildet. Das heißt, dieser Faktor 3 im Zeitbereich taucht genauso als Faktor 3 auch im komplexen Frequenzbereich auf. Und die Verzögerung, habe ich ja gesehen, die kann ich darstellen als Multiplikation mit Z hoch minus 1, Z hoch minus 2, was auch immer. Das heißt, ganz allgemein kann ich so eine Folge, die aus Koeffizienten und Verzögerungen besteht, ganz einfach so in die Z-Ebene übersetzen. Mehr brauche ich eigentlich für die meisten Systeme gar nicht. Hier sind noch mal kurz die wichtigsten Eigenschaften der Z-Transformation zusammengefasst. Wie gesagt, die Linearität zwei Eingangsfolgen habe, dann kann ich die unabhängig voneinander transformieren. Zeitverschiebung haben wir uns gerade angeguckt, entspricht einer Multiplikation mit Z hoch minus K. Die Modulation haben wir uns jetzt nicht angeschaut, die kann man auch relativ leicht aus der Definitionsgleichung ableiten. Und genau das gleiche gilt jetzt hier für die Skalierung der Z-Ebene, das ist nur ein Sonderfall hiervon. Die Zeitumkehr und das Konjugieren von Folgen lässt sich da auch leicht ableiten. Ganz wichtig ist für uns noch mal die Faltung im Zeitbereich. Das heißt, wenn ich zwei Folgen miteinander falte, oder noch wichtiger, wenn ich eine Folge in ein System reingebe, dann ist das Ausgangssignal die Faltung von Eingangssignalen der Impulsantwort und das kann ich in der Frequenzebene kann ich das ganz leicht berechnen. Der Faltungsoperator setzt sich in eine Multiplikation um. Jetzt kann ich das gleiche auch noch anschauen für verschiedene typische Signale, die auftreten, sprich Impulsantwort, also ein Eingangsimpuls, verzögerte Eingangsimpuls, ein Eingangssprung, eine Exponentialfunktion oder eine Rampe. Da können Sie als kleine Übung vielleicht den Signalflussgraf der entsprechenden Systeme aufzeichnen, die jetzt diese Impulsantworten haben. Das hier hatten wir jetzt schon angeguckt, das ist einfach eine Verzögerung um M Elemente. Das hatten wir jetzt glaube ich auch schon angeguckt. Ja, sollten Sie eigentlich hinkriegen. Jetzt gehen wir noch ein ganz kleines Schrittchen weiter. Und zwar wie hängen jetzt der Signalflussgraf und die Z-Transformierte zusammen? Diese Transformation kann ich mittlerweile berechnen. Das ist ja wieder nur Multiplikation mit Koeffizienten und Verzögerungen und wenn ich jetzt den Signalflussgraf ganz einfach aus diesem Zusammenhang zeichne, aus diesem und aus diesem, dann bekomme ich zum einen das raus, was ich schon kenne, nämlich wie gesagt ein Signalflussgraf mit dem Verzögerungen drin auftauchen, um 1 und um 2 und die Skalierung und schließlich die Aufsummierung aller Teilfunktionen. In der Z-Ebene sieht das eigentlich sehr ähnlich aus. Den einzigen Unterschied, den ich hier sehe, ist, dass diese Verzögerungen jetzt um 1 oder um 2 einer Multiplikation mit Z hoch minus 1 und Z hoch minus 2 entsprechen. Zeichne ich das auf, bekomme ich die gleiche Topologie heraus. Mit dem einzigen Unterschied, ich habe jetzt hier einen Block mit Z hoch minus 1 drin stehen. Daher rührt auch diese Schreibweise, die man auch häufiger sieht, dass nämlich anstelle dieses Blocks mit Z hoch minus 1 jetzt einfach hier so ein Multiplikationspfeil ist und ich multipliziere das Ganze mit Z hoch minus 1. Ist beides möglich. Das wirklich interessante und das wirklich bestechende jetzt der Z-Transformation ist, dass ich ein System in der Zeit und der Frequenzebene mit exakt der gleichen Topologie beschreiben kann. Das Einzige, was ich machen muss, ist meine Verzögerung um TS zu ersetzen durch diese Multiplikation mit Z hoch minus 1 und das ist einfach wahnsinnig praktisch. Was ich im Zeitbereich leider nicht machen kann, ist einfach das Verhältnis von Y von N und X von N zu berechnen und auf die Art dann meine Impulsantwort rauszubekommen. Ich kann das nicht einfach durcheinander dividieren, weil da diese Zeitverzögerungen drinstehen. Wenn ich das Ganze jetzt aber probiere, bei der Z-Transformierten durchzuführen, dann sehe ich, da geht was. Weil ich habe jetzt hier nicht mehr Zeitverschiebung, sondern ich habe einfach nur eine Multiplikation mit Z hoch minus 1. das heißt, ich kann jetzt, wenn ich meine Systemfunktion aufschreibe, dann kann ich Y von Z und X von Z leicht separieren und dann die beiden Seiten der Gleichung durcheinander dividieren und dann bleibt übrig meine Systemfunktion. Und die Systemfunktion ist für die zeitdiskrete Signalverarbeitung so der Dreh- und Angelpunkt für alles Mögliche. Daraus kann ich jetzt bestimmen die Impulsantwort, indem ich die inverse Z-Transformation auf meine Systemfunktion anwende. Das ist manchmal einfach, wie in diesem Fall, manchmal nicht so einfach, da bräuchte ich dann irgendwelche Tabellenwerke oder viel Gehirnschmalz. Dann kann ich den Frequenzgang leicht bestimmen daraus, das machen wir im nächsten Kapitel. Und die Stabilität kann ich auch ganz leicht abschätzen aus der Systemfunktion. Auch das gucken wir uns im nächsten Kapitel an. Deshalb ist das die Darstellung, in der normalerweise zeitdiskrete LTI-Systeme angegeben werden. Wir gucken uns noch als ein weiteres Beispiel an, was passiert und wie man das analysiert, wenn ich kaskadierte Systeme in der Z-Ebene betrachte. Wenn ich im Zeitbereich wissen will, was ich denn eigentlich für eine Gesamtimpulsantwort meines kaskadierten Systems habe, dann muss ich meine Einzelimpulsantworten miteinander falten. Der Grund ist, ich gebe auf mein System G eine Impulsantwort drauf und bekomme das Zwischensignal x von n. Das x von n gebe ich jetzt auf mein System h von n drauf, bekomme y von n raus und um das zu bestimmen muss ich das x von n mit dem h von n falten. Das heißt aber, wenn ich hier Delta von n reingebe, x von n gleich g von n ist, muss ich um die Gesamtimpulsantwort zu bekommen, muss ich g von n und h von n miteinander falten und bekomme dann dieses Ergebnis hier raus. Das ist das Beispiel, was wir im vorigen Abschnitt schon mal betrachtet haben. Da haben wir es nur in der Zeitebene gemacht. Gehe ich jetzt aber hier in die z-Ebene, dann kann ich mein g von n durch h von n leicht transformieren. g von n ist 1 minus z hoch minus 1 und h von z ist ja, auch hier sind die Gewichte bleiben unverändert und die Verzögerungen tauchen wieder auf als z hoch minus 2 und hier kann ich jetzt einfach eine Polynom-Multiplikation durchführen, wenn ich g von z mit h von z multipliziere und komme dann sofort zu dieser Gesamtsystemantwort und die kann ich natürlich wenn ich will auch ganz einfach wieder zurück transformieren und kommen dann hierhin. Als nächstes überlegen wir uns wie wir von der Systemfunktion den Signalflussgrafen ableiten können und zwar am Beispiel des Integrators das heißt die Systemfunktion ist 1 dividiert durch 1 minus z minus 1 überlegen Sie kurz wie Sie das machen würden Sie können auf Pause drücken Die Idee ist dass wir zunächst die Differenzengleichung ableiten das heißt wir transformieren das Ganze zurück in die Zeitebene und sortieren dann die Gleichung so um dass wir y von n gleich irgendwas rausbekommen so und diese Gleichung die kann man jetzt relativ leicht in die grafische Form in den Signalflussgrafen umformen das heißt wir sehen hier das Ausgangssignal y von n ist abhängig direkt von x von n das ist hier gegeben und von der um 1 verzögerten Kopie von sich selbst das heißt wir verzögern das Ausgangssignal y von n um eine Zeiteinheit und kombinieren es mit dem Eingangssignal und fertig ist unser Signalflussgraf So jetzt gucken wir uns nebeneinander an wie man zeitdiskrete Systeme auf verschiedene Arten beschreiben kann wir werden sehen dass der Systemfunktion eine ganz zentrale Rolle zukommt weil man von der Systemfunktion am einfachsten in die verschiedenen Formen kommt beim transversalen System das heißt einem ohne Rückkopplung ist das ganz besonders einfach klar grafische Formen da kann man auf einen Blick erkennen was da passiert da kommt man auch leicht zur Differenzengleichung die Differenzengleichung beschreibt in Formeln im Zeitbereich genau das gleiche was der Signalflussgraf in grafischer Form beschreibt vergleichen sie die beiden ich glaube man sieht die Ähnlichkeit sofort wenn wir die z-transformierte der Differenzengleichung bilden und dann die Ausgangs- und Eingangsgrößen auseinander sortieren das ist hier jetzt ganz besonders einfach und die durcheinander dividieren dann erhalten wir die Systemfunktion transformieren wir die Systemfunktion zurück in den Zeitbereich dann erhalten wir die Impulsantwort und die können wir schreiben wie gesagt einmal eher formal und einmal als Folge und so sehen wir hier dass man zumindest bei einem transversalen System wirklich sehr leicht die verschiedenen Darstellungsformen ineinander überführen kann bei einem rekursiven System geht das für die meisten Formen auch genauso einfach wir sehen jetzt dass in der Differenzengleichung die nicht nur die Ausgangsgröße y von n auftaucht sondern auch zeitverzögerte und gewichtete Kopien der Ausgangsgröße das ist genau das was ein rekursives System ausmacht dass die Ausgangsgröße wieder zurückgeführt wird das geht natürlich auch im Frequenzbereich das wir transformieren jetzt die Differenzengleichung jetzt muss man tatsächlich ein bisschen sortieren um die Systemfunktion zu bilden aber das geht auch noch relativ einfach was dann schwieriger wird ist wenn wir aus der Systemfunktion die Impulsantwort bestimmen wollen das kann man machen im Zeitbereich indem wir jetzt hier einen Testimpuls draufgeben und den im Kreis laufen lassen hilft uns aber nicht wirklich weiter die Impulsantwort eines rekursiven Systems kann man im Prinzip jetzt schon bestimmen indem man eine Dirac-Stoß drauf gibt und dann schaut was passiert aber ein rekursives System hat halt im Allgemeinen eine unendlich ausgedehnte Impulsantwort ist ja ein IER-System ja das heißt auf diese Art kommen wir nicht weiter schauen wir mal was man noch machen kann man kann versuchen aus dieser unendlichen Impulsantwort eine geschlossene Darstellung zu finden aber das geht normalerweise nur für einfache Systeme man kann rechnen aber dieses Konturintegral zu berechnen ist auch nichts für Leute mit schwachen Nerven schließlich kann ich mir den Bronstein schnappen und mit Hilfe von Tabellen jetzt die inverse Z-Transformation zu finden das geht für so rationale Systeme normalerweise noch halbwegs leicht unter Umständen muss man vorher noch eine Partialbruchserlegung machen schließlich kann ich ein Computer Algebra System bemühen sowas wie Mathematica oder Simpy von Python das heißt eine Toolbox dieser Systeme die symbolisches Rechnen beherrscht das kann man auch online machen Wolfram Alpha zum Beispiel erlaubt das wenn Sie dem Link folgen dann können Sie selber mal ausprobieren wie man halt man gibt halt die Koeffizienten ein und bekommt dann eine nicht mehr ganz so übersichtliche Funktion heraus deshalb ist es oft einfacher gleich ein numerisches Analysesystem zu nehmen so wie MATLAB oder bei Python NumPy und SciPy und kann dann halt nicht symbolisch rechnen sondern nur direkt Zahlenwerte einsetzen wir werden im Rahmen von diesem Kurs solche komplizierten Rücktransformationen nicht benötigen wenn Sie gern mehr wissen wollen dann gibt es einen recht guten praxisnahen Text der genau für mein Geschmack die richtige Mischung von Theorie und Praxis hat unter dem hier angegebenen Link aber wie gesagt für diesen Kurs muss man eigentlich nicht so tief ins Detail einsteigen fassen wir nochmal zusammen die Z-Transformation ist ein wirklich praktisches nützliches Werkzeug mit dem man zeitdiskrete Signale und Systeme vergleichsweise einfach analysieren kann was wir brauchen sind die folgende Beziehung vor allem eine Verzögerung um k Zeiteinheiten entspricht in der Z-Ebene einer Multiplikation mit z hoch minus k für uns wichtig Faltung entspricht der Multiplikation das ist einer der Hauptgründe weshalb wir die Z-Transformation benutzen okay die Rücktransformation ist im Allgemeinen nicht so trivial ist dank MATLAB und ähnlicher Software heutzutage auch kein Problem mehr oft wollen wir aber auch gar nicht die wieder zurück transformieren sondern wir bleiben direkt in der Z-Ebene und gucken uns nur die Stabilität an die Pol- und die Nullstellen oder wir berechnen direkt die Frequenzantwort aus der Z-Transformierten das war's für diesen Teil des Kurses vielen Dank fürs mitmachen